Mit Blick auf die Energiepolitik steckt die neue Bundesregierung in einem Dilemma. Einerseits hat man sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, bis zum Jahr 2030 verbindliche Ziele zum Einsparen klimaschädlicher Gase festzulegen. Andererseits warnt die Stromlobby vor drohenden Versorgungsengpässen. Nun hat sich die Umweltschutzorganisation BUND mit einem eigenen Vorschlag in die Diskussion eingeschaltet, mit einem Abschaltplan für Kohlekraftwerke. Es ist der Traum von sauberer Energie, der bislang daran scheitert, dass die erneuerbaren Energiequellen nicht ausreichen würden, um alle Haushalte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Atom- und Kohlekraft daher bislang unverzichtbar. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland widerspricht und legt einen Abschaltplan vor, nachdem es sehr bald auch ohne gehen soll. Dieser Ausstieg wäre möglich, endgültig spätestens noch vor 2030. Wir müssen aber jetzt damit beginnen. Und das bedeutet ganz konkret, wir müssen bis zum Jahr 2020, um unsere eigenen Klimaschutzziele erreichen, die Hälfte der Kohlekapazitäten stilllegen. Betroffen von den Plänen wären 45 Kohlekraftwerksblöcke in Deutschland, die Hälfte davon in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt gibt es in der Branche noch ca. 40.000 Beschäftigte. Wenn man klug einen Strukturwandel angeht, dann müssen diese Beschäftigte nicht notwendigerweise mit Arbeitsplatzverlust rechnen, weil es gibt Umschulungsmaßnahmen, es gibt Möglichkeiten, einen Strukturwandel klug zu begleiten. Und das geht eben nur, wenn die Politik dann auch entsprechend reagiert. Reagieren müsste sie auch, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Denn steigt man frühzeitig aus Kohle und Atom aus, müsste der Ausbau der erneuerbaren Energien nahezu verdoppelt werden. Denn politisch gibt es dafür zurzeit keine Mehrheit.